Ohne Hausaufgaben bringt die beste Schulstunde nichts. Nur mit fleißigem Üben können die Welpen das Erlernte abspeichern. Neuzugang Pit aus Griechenland muss noch ein paar Stunden nachholen. Mit der Lektion um Erlaubnisfragen spult André kurz zurück. Ich werde jetzt mal ganz ganz geschmeidig und langsam hier mit dem Pit ein bisschen versuchen zu arbeiten. Hier das Sitz, was wir schon in Griechenland angefangen haben, das funktioniert auf jeden Fall noch recht gut. Ja, ich mache jetzt mal so ein kleines Aufmerksamkeitstraining. Das heißt, ich habe hier das Futter. Fein. Und belohne einfach unseren Blickkontakt. Hier ist das Futter. Fein. Kurzes Geräusch irgendwie ein bisschen locken. Und wenn ich das ein paar Mal gemacht habe, versuche ich es ohne. Wegziehen. Sitz können wir schon. Hey, nicht so laut. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe ja schließlich noch was nachzuholen. Und sobald ich einen klaren Blickkontakt bekomme, gibt es das Futter. Jetzt bin ich aber auch satt. Danke. Ja, ich denke, man sieht deutlich, der hat gerade hier ein bisschen genug. Hier sind natürlich auch die ganzen anderen Hunde. Das ist einfach heute noch total neu für ihn. Und ich will alles aber nie irgendwas Negatives für die Hunde erreichen und vor allem nicht überfordern. Und bitte, ich brauche jetzt noch mal Ruhe und eine Pause. Und die kriegt er jetzt auch. Und dann machen wir später vielleicht noch mal weiter. Jetzt ist große Pause angesagt.